ist vielleicht auch besser gewesen was ein was sein paradies ist das denn hier obdachlosen überall ob der somewhere for me to sleep wir haben genug geld auf einfachen platz ganz ehrlich einfachen platz auf Gucken wir mal. Wow. Eine Uhr. Luxus. Mögt ihr also, wo ich die Dose gerade sehe, mögt ihr Ravioli aus der Dose? Hatten wir das Thema schon mal. Ich habe die als Kind so oft gegessen, dass ich die jetzt, weiß ich nicht, ich mag sie nicht mehr. Mag sie tatsächlich nicht. Oh, es ist dir? Hä? Du weißt? Ach so. Ach so. Das ist lange her. Ich habe mich versteckt. Ich habe meine Hausmacht verloren, mit euch. Was? Dann, ich habe mich nicht mehr auf den Knopf. Ja. Dann... ... 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 Du bist so ein Wunder. Dann lass ich mir an den Nygren. Aber nicht. Du hast dich nicht verraten. Ich habe keine Ereignisse. Du bist ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Ich habe einen Wunder. Ich hab mich gerne. Wie ist das? Du musst dir einen Wunder. Dring kann ich immer bezahlen. 100.000 wäre ich viel. Ich nicht mehr meine Tochter könnte die jeden Tag futtern. Ja, ich glaube genau das ist es nämlich. Als Kind konnte ich das auch. Als Erwachsener kann ich das nicht mehr. Ich kann es nicht mehr machen. Play Chilo? Was? Was? How to play? Cancel, run roll triple, Confirm Betamount, Throw Dice. Was? Let's choose the Banker. Okay, Introduction. Four-player game played with three Dices. Three Dices are rolled. And if two numbers match, the third non-matching number becomes the point. Was? A point's value determines its spring. A point of six is the strongest and a point of one the weakest. If you win with a point of one through six, the return is the same as you bet. If you do not establish a point after three rolls, it is counted as an automatic loss. If any of the dice fly out of the bowl, it is counted as missing the pot. How to play. Trips. One, two, six. Holding three of the same number. Okay. Four, five, six. Doubles your stake. Holding the combination one, two, three. Results in an ultimate loss. Six, three, four. It's the same value as getting a six, but doubles the amounts won or lost. One, three, five. One, three, five. Rolling a combination of one, three, five. Counts the same as the previous player's roll. Okay. Okay. First, the banker is selected. Mm-hmm. The banker rolls first, followed by each player. Bets are settled after all rolls have been completed. Point of six. Banker wins same amount as the stake. Trips or banker wins. Banker loses same amount as the stake. Banker loses the same amount as the stake. Banker loses the same as the stake. What the fuck? When a round ends, the player to the banker's left becomes the next banker. On the first turn, the player can decide to forfeit their right. One, two, three, three. And he said to draw the dice only once. Huh? What's happened? Okay. Two, five, six. Two, four, five. Two, four, one. Ouch. The banker did not roll a point, losing the same amount as the stake. Ah. Ah. Ich hab keine Ahnung. So. My turn. Ich hab aber... Ach so. Als Banker muss ich ja nichts werben, nichts wetten, weil ich immer... Immer das, was die andere machen. So. Besser als meine, ne? Ich hab ne 2. Also ich bin auf jeden Fall der Verlierer bis jetzt. Ich hab ne 2. Also ich bin auf jeden Fall der Verlierer bis jetzt. Das ist ein automatischer Verlust, oder? 1, 2, 3. Das ist ein automatischer Verlust, oder? Ja, automatischer Verlust. Oh. Don Buru Shiru, ne? Ihm immer wenig. 1 2 3 ist automatisch verloren und es wird verdoppelt das heißt ich krieg 800 das tut wie also für die anderen eine 3 ich verstehe das spielt immer noch nicht wirklich aber wenigstens kann man jetzt schon ungefähr schätzen was passiert das ist keine nummer gewesen das auch nicht das auch 3 genau wie die bank was passiert wenn wir das gleiche wie die bank haben 634 muss dafür vergessen was bedeutet okay das heißt jetzt ich möchte wissen was passiert wenn einer keine punkte hat ohne 6 2 4 6 war das 1 2 3 verloren Oh. Nice. Oh, Lord. Jetzt haben wir aber auch echt... Oh, das heißt, er hat auch ein Trimblatt. Das ist natürlich... Huh. Ich hab fast alle meine Punkte verloren. Wir gehen einfach mal an den. Was soll denn der Geiz? Hier. Ich bin ein Sasu. Hier ist ein Sasu. Nein. Hier ist ein Sasu. Okay, Sasu. Ein Sasu. Das war's. Das ist jetzt nur eins, oder? Oh, ich bin raus. Broke bin ich nicht wirklich, aber ja. Interessantes Spiel. Was ist das? Wir haben hier nicht nur ein Bett. Das ist nicht der Typ. Der ist... Auch nichts. Was ist denn jetzt Koi Koi? Was ist Koi Koi? Das war falsch. Was ist Koi Koi? Das ist Koi Koi Koi. Wenn es dein turn ist, place eine Karte von der Hand auf der Tafel. Wenn es eine Karte von der gleichen Karte auf der Tafel auf der Tafel gibt, dann kriegst du die Pär. Wenn du formst eine spezielle Kombination... Wohooo! Wenn du Karte kannst, kannst du die Karte auswählen. Keep going. Wenn du Karte auswählen kannst, kannst du Karte auswählen. Wenn du Karte auswählen kannst, kannst du Karte auswählen. No Kombination. Was? Autoplay, cancel, Endless, okay. Elfter Monat. Vierter Monat. Aha! Hä? 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 Was ist passiert? Ich hab keine Ahnung, was mir passiert. Ich hab keine Ahnung, was mir passiert. Ich hab keine Ahnung, was mir passiert. Halt 3 Lights Was ist gerade passiert? Ich habe keine Ahnung, was für ein Spiel das ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe auf jeden Fall keine Punkte gewonnen oder verloren. Nein, nein. Show Hans the game to play? Was ist das jetzt nochmal? Oh, das ist das, das du spielst aus den ganzen Animes. Das ist so ein Spiel überhaupt. Oh, echt? Also... Ach, Ewan, recht. man sieht seine finger es wäre witzig wenn jetzt fünf und vier oder so was steht ja maximal 1.000 betten Was ist ein Spiel? Oh Mann, ey. Heutzutage würde sowas als keine Ahnung was für ein Glücksspiel durchgehen. Nein. Das ist echt einfach nur Glücksspiel hier, ne? Einfach nur Glücksspiel. So. Ab in dein Haus. Ja, er hat es eigentlich ganz schön können, ob er los ist. Oh. Der hat sogar einen Fernseher. Oh Mann. Was? Oh Mann. Ach mein Freund, ihr seid genau auf den Falschen gestoßen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Der wird ja nimm nicht, dass sie nicht papelte sind. Aber asteroidui vous neu 다들 impactали. Oh Mann. Das ist ein großer Job. Ja, Specialmann. Ihr Interessant wel Kevin a канал. Her scientuno ist froh. Ja. Gankai Yunga. Gankai Yunga. Gankai Yunga. Tatsächlich brauche ich noch Kills auf diesem Kampf hier. Und hepp. Und einmal bitte hinsetzen. Dankeschön. Nicht nur das so lange. Nächster. Dreckkommische Jungs. Jetzt habt ihr irgendwas für mich ausrichten können. Wie, ich... Hinten. 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 Dieser Anzug bleibt makellos. Bei allem was wir tun. Der hat doch ein Sessel in seinem Kopf hier. Ich habe noch nicht gehört. Ich habe noch nicht gehört. Ich bin Kiryu. Genau, der Kiryu. Aber das gibt es ja wirklich, ne? Zwischen Obdachlosen, also zumindest in Teilen, so ein Familienverbundenheit. Das Problem ist immer, dass viele von denen drogenabhängig sind und dann schwierig halt, ne? Ich habe noch nicht gehört. Es ist ein Mann. Ein Mann kommt. Sie sind hier. Sie sind hier. Ein Mann? Ja. Das ist ein Mann. Sie haben gesagt, Sie wissen nicht. Sie haben gesagt, Sie wissen nicht. Das stimmt. Entschuldigung. Sie sind jetzt hier? Sie sind auf der Straße. Wenn Sie mich interessieren. Dann gehen wir. Goodbye, mein Freund. Goodbye. Vielen Dank für nicht alles, aber für viel. Guck mal, was hier oben los ist. Ah, guck mal, wer da ist. Na, mein Freund. Kiryu-kun. Oda. Sie sind die Menschen in der迎ung. Na, ja. Sie haben sie ruhig zu sein? Es war sehr, was es. Nein. Ich habe eine gute Kirche gefunden. Es ist nicht mehr, wie bei der Tatjibana. Herr Herr, Sie sind hier in einem Ort. ist ja bei der mit seinem alten Familienbüro mit seinem alten Familienbüro